Wir sind hier im Junkin-Mummy-Bar-Up-Club Und neben hier sind die Macher, die Erfinder und die einzig wahren Krabriere Deutschlands Felix und Elmar, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf Die einzig wahren Krabriere Okay Wie man sieht in einem Miami-Kwahl, den riech ich nicht oft und hab noch nie Interview, deswegen Seht's mir nach, wenn ihr nicht alles versteht, wie ich komme Genau Ähm Warum sagt man eigentlich Labriere, warum ist früher so ein Fremdwort in dem Bereich? Weil wir anders und genauer arbeiten und ein bisschen sauberer arbeiten, als Friseure das vielleicht tun Und ähm Ja, wir lassen uns unsere Zeit, nehmen uns die Zeit für die Kopf und machen einfach das mal von Bock Das kann ich geschädigen, das hat schon Genau, ich kann das beschädigen, weil ich wurde noch nie so lange betreut Träut bist du auch geil 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 Ich glaube ich Ja, ich schon aber nicht Also es ist wirklich, sie lassen sich wirklich sehr viel Zeit Oh danke Ja 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 Seit wann gibt's euch hier Seit wann gibt's euch hier? Ja Also erstmal vielen Dank für diese extrem interessante Frage Ja Und diese Ja Ich find's wirklich spannend, weil ich bin das Erste und ich war immer nur beim Friseur Ich bin meistens, geht man aus dem Friseur raus und ist unzufrieden Das ist wirklich so, ich geh fast nie irgendwo raus und bin happy Hat sich viel geändert, oder? Und hier ist es noch viel viel schlimmer Hier ist es wirklich anders Ihr macht allein diesen anderen Übergang Das ist so mit Sorgfalt von 0 nach 3 auf 7 und so Aber deswegen diese Frage ganz gemeint Was ist der Unterschied für dich da? Der Unterschied ist einfach, dass wir zurück zum klassischen Herrmannschnitt gegangen sind Und nicht diese ganzen New School nur mal mitnehmen Sondern wirklich so, wie der Opa damals die Halleschnitten bekommen hat Was immer Perfektion war So wollen wir es auch wieder machen Und vor allem wollen wir das so ein bisschen getrennt auch machen Deswegen dürfen Frauen bei uns auch nicht fallen Sondern die Männer sind hier unter sich Hier kannst du Bier trinken, hier kannst du Schnaps trinken Hier kannst du noch klassisch rasiert werden und nass rasiert Und das ist so das, was wir machen wollten Die ganze Zeit Sehr cool Und ich sehe an Tobis Blick, ein Traum wird wahr Er wird jetzt jede Woche, jeden zwei, drei Tage abhängen Weil hier dürfen wir eine Frau und Weise werden Tobi ist nämlich Vater geworden und seitdem Ist vorbei So kann man es auch sagen Aber das ist natürlich wunderbar Glückwunsch Danke Ja, sehr cool Also der Barbershop Ja Gentleman Barber Club In der Kiefer in unserer Straße Man kriegt zwar eigentlich keinen Termin mehr Weil es immer ausgelucht ist Seit ich das eurer gepostet habe Aber das ist so Okay Ja, du reißt dich da ja ein Wer eine Reihe vom Kompliker Ja, du bist ja auch so ein Social-Media-Genie Wenn ich jetzt mal dezent so sagen darf Ist auch Irgendwie ist es ja schon so Ihr seid schon ganz anders als die anderen Das muss man schon mal so sagen Ihr macht ja ganz viel Ihr habt jetzt gerade zum Beispiel eine Charity-Aktion, die ich sehr geil finde, für den Kalker-Mittag, bist du nicht richtig? Ja. Da kann man immer noch mitmachen, oder? Bis 20. Dezember kann man da mitmachen. Und zwar sammeln wir Geschenke, wir den Kindern dann zwei Sachen schenken, weil denen ihre Eltern vielleicht nicht so auf sowas fixiert sind, sondern eher darauf, Kriminell zu sein oder andere Dinge zu tun, die nicht so hoch sind, für die Kinder. Und deswegen gibt es da die ganz tolle Elisabeth und die kochtlich bei den Tagen und der Worldwide. Es ist wunderschön hier, ich verbiere auch hier in Herrn Freizeit mit meinem Freund Dennis zusammen, zum Beispiel treiben wir regelmäßig Jägermeister. Und ich kann es nur empfehlen.